k für die Stiftung ließen gar nicht es haben die eigentlich für ein T-Shirt an Ach, I love Zombies. Haben sie ein T-Shirt an. Jetzt wird ja von der Musik her eine richtige Beatory-Aufnahme-Session hier. Hier läuft jetzt nur Beatory gerade. Dum, dum, dum. Oh, Frau Ruhnpriesterin ist bei mir. Wie? Naja, Enderman. Ach so, oh, ich dachte schon. Also nicht so, oh, ich dachte schon jetzt so. Und nach dem Motto so, oh Gott sei Dank nicht, ne? Ich meine so, ich meine jetzt so mäßig so. Alter, wie sehen die aus? Die sind weiß in dem Textur-Pack. Die hab ich ja noch gar nicht gesehen. Die sind echt weiß. Ey, Alter, klausst du mir mal keinem Block, du Arschloch. Und da ist gleich noch einer, Alter. Ey, wie, wie, klaut mir irgendwelche Blöcke? Ich will gucken. Ja, hier rennt ein Skelett rum in meinen Feldern. Du hast keinen Block. Ach so. Hier stehen noch ein paar Skelette doof rum. Hat der sich Block geklaut? Weh, der Block fehlt irgendwo, Fräulein. Ich sag's dir. Der fehlt irgendwo. Der Block fehlt irgendwo. Der kann auch von ganz woanders sich geholt haben. Der hat sich ja erst hingebeamt. Toll, aber der ist gar nicht weiß. Nicht? Aber die sind... Na gut, du hast ein anderes Textur-Pack drin. Wie, jetzt doch? Ich denk, dann wird das Gleiche. Ne, na, ich nehm das, was wir immer genommen haben zum Let's Playen. Also dieses Smooth realistisch. Ja, das nehm ich auch. Okay, dann müsste ich nicht wissen, warum du den nicht weiß findest. Äh, der ist schwarz. Keine Ahnung. Bei mir ist der weiß. Kann ich den Screenshot schicken? Ja, mach mal. Also bei mir ist der weiß. Ich kann ja auch mal den Screen von mir schicken. Warte, äh, womit ist Screenshot nochmal? F? F was? Mir fällt gerade auf, ich hab die ganze Zeit das Skype-Fenster hier mitten im Bild. Ich hoffe, das wurde nicht aufgenommen. Also jetzt... Ah, F2. F2 war's. Also ich hoffe, ähm, das nimmt er nicht auf. Also von dir jetzt, hier, wo die Zeit läuft, die ganze Zeit. Wie lange wir schon telefonieren. Aber ich nehm mal an, er nimmt's nicht auf. Ich schick dir gleich mal... Das Skelett in meiner Hütte. Warum ist der ein Skelett in meiner Hütte? Weil das Skelett ist einfach nur drauf was. Du wirst sterben. Das ist ganz kurz mal geleckt bei mir. Sup. Sup. Ah, ich schau mal was. Ach, doch schon so lange. Stündchen nehmen auf. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken. Ah, sieht da total suboptimal hier aus. Jetzt müssen wir anders... Ja, ich schau mal, ich schau mal. Ah. Bis zum nächsten Mal. Trotzdem so hell vorher. Oh, das war ganz schön. Ja, es kommt irgendwie so hell vor, was ich hier gerade gebastelt habe. Muss man mal gucken, ob da Pilze wachsen. Was muss man? Pilz. Pilz. Die vermehren sich ja von alleine, die Pilze, ne? Hm. Eigentlich schon. Schauen wir mal. Die wachsen hier unten. Ich bin gespannt. Huch. Ich hoffe, ich vertue mich nicht, aber ich meine schon. Wir werden mal sehen. Ah, Treppe. Na. Yay. Machst du auf. Regen, Regen. Dankeschön. Oh, Alter, mein Nacken. Ach, ich muss auch mal kurz Auge kratzen. Das Auge kratzen. Ja, das Auge kratzen. Da kratzt du nicht die Netzhaut kaputt, ne? Nö, nö, mach doch nicht. Oh. Ups, jetzt ist mein Fingernagel abgebrochen. What the fuck? Oh mein Gott. Ich renne auf einmal so ein Zombie rum. Ich denke so. A Zombie? Ja, weil ich gucke hier einfach nur so nach draußen. Und da läuft auf einmal ein brennender Zombie her. So aus dem Nichts. Ja, vor Ort, das gleich brauchen wir nicht. Oh, schon wieder die ganze Scheiße, die rumliegt. Ne, jedes Mal. Jedes Mal. Warte mal. Tüsch, die mich umgenutzt nicht. Das war der falsche Erdeblock. Ich will den hier. Ja. Versucht man es mal. Treppe, 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 Treppe. Theoretisch gesehen, hier. Das war der falsche Erde, das war der falsche Erde. Mmh, Schränze. ich bin stark dafür dass hier immer noch zu viel licht einfällt dann musst du das ändern auch durch die tür es ist eine olle glastür ist reiß einfach ein paar steine weg und nicht ein paar steine klar was mache ich überhaupt schlagerstuhl ja ich schlager hier aber wirklich kann das schlimm gerade ist ganz schlimm der reichs fenster weg und dann oder fackeln und dann machst du hier wahrscheinlich hin also nicht wo die fackeln waren sonst hast du klotz an der wand hängen so Sollte... 500... 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 Ich finde es faszinierend, wie man von den einen Augenblick auf den anderen alles vergessen kann. Echt? Ja. Okay. Ich sitze jetzt hier, ich habe nur das alte Menü drin und ich überlege nur, was mache ich jetzt? Was wollte ich gerade mir nehmen? Ach, Türen, ja genau. Warum hast du mir das nicht gleich gesagt? Da hätten wir so viel Zeit gespart. Wo sind die Türen? Ach da. Nehme ich mir auch gleich eine Druckplatte mit. Okay. Okay. Jetzt ist es ja schon ein bisschen dunkler. Ja. Aber mir darf es ruhig hell sein. Wolle sogar. Alles nur weil... ...wegen Pilze und so, ne? Ah. Hat ich es dunkel. Ja. 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 fertig mit meiner Hütte coole Sache ging doch schnell nur bestimmt doch keine Stunde gebraucht ja ich so und dann brauche ich noch ein bisschen Kien damit ich auch ein schöner Geweg machen kann oder soll ich Stein hernehmen ich weiß nicht ich weiß es nicht Brot kann Schimmel was kannst du äh was meinst du komm sag mal Kies oder was anderes ich nehm was anderes ich nehm schon hier ständig Kies ok ähm auch ein Creeper m aus dem Schluck trinken die neue Krüger klettert auf dem Baum drauf auf mein Haus am Gelände er tanzt am Fenster rum athletisch athletisch ja der macht erstmal eine Runde um mein Haus an der ersten Etage ey jetzt geh nicht da rein auch wenn da Druckplatten sind du darfst nicht da reingehen nein du musst an die am Fenster reingucken geh verpiss dich hau ab hau ab geh ok ich geh hier schon ey du doch nicht ah er ist runtergefallen ich mein es ist runtergefallen ja es vernudelt sich nein es geht wieder hoch nein du kommst ja nicht hoch das sind zwei Blöcke da kannst du gar nicht so hoch springen geh geh hau ab hey hey komm mal her hey